Hallo ihr Lieben, heute kommt Auge um Auge Teil 2. Wir machen das heute im Team mit Cara und Fritz und Patrick. Okay, dann wir los. Leonardo DiCaprio. Meinst du? Nein, nein, nein. Die Augenbrauen stimmen nicht. Aber männlich, oder? Doch, würde ich sagen. Ja, weil die nicht gezupft sind und so. Wir dürfen den Fragen stellen, was der macht. Relativ jung noch. Aber wenn das jetzt ein altes Foto ist. Das Foto ist relativ aktuell. Aha. Schauspieler? Ja. Deutscher? Ja. Kennen wir den? Nehme ich mal an. Aber ziemlich jung noch, hat noch keine Kremi. Auf jeden Fall, ja. Ist noch jung, ne? Ja, würde ich sagen. Oder? Vom Schilling ist es nicht, ne? Und hier keine Hund schillen. Können wir ein bisschen mehr sehen? Ne, das ist leider nur eine Welt. Aber es wird aufgelöst. Vielleicht so ein bisschen noch von der Nase, so ein bisschen. Nur ein bisschen. Ach, das sind die Augen. Entschuldige bitte, aber du hast eben Schauspieler gesagt. Er hat zwar, äh? Hat er gesagt? Er hat geschauspielt. Ja. Also, seine Filme und so. Er ist da. Ja, die haben auch einen Preis bekommen. Ja, das wissen wir alle. Weiter geht's. Aber der Rest sieht auch sehr annehmlich aus, muss ich sagen. Ist auch ein attraktiver, werter junger Mann. Oh. Angela Merkel. Eng, eng stehend. Nee. Eng stehende Augen. Aber da würde ich jetzt fast denken, dass es vielleicht doch eine Frau ist. Ja. Oh. Er ist nicht mehr ganz so jung. Das ist nur verpixelt, glaube ich. Das ist verpixelt. Dazu kann ich euch leider nichts sagen, weil ich nicht alle auswendig kenne. Ach, du weißt selber nicht, wer das ist? Nicht mehr. Na toll. Ich habe es ja vor langer Zeit zusammengestimmt. Na toll. Und wir sollen das jetzt erraten. Super. Stimmt das. Interessant, ja. Durch das verpixeln ist das. Ja. Lösen wir mal auf. Du weißt also selbst nicht, wer das ist? Ah. Okay. Oh. Den hätte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Sorry. Nee. Jetzt, wenn man ihn im Ganzen sieht, ja. Aber. Hm. Ist ja Augenraten, ne? Oh. Das ist, ich weiß. Das hat sich, äh, wie heißt sie denn? Uschi-Glas? Wir lösen auf. Mhm. Ja. Ja. Wow. Super. Bravo. Oder? Ja. Aber hallo. Sehr gut. Mensch. Oh, das ist Todd, äh, hier, wie heißt er denn? Nicht, äh, hier der Komiker. Ähm. Ne, der von, von, äh. Ja. Ja. Der von? Ja. Der von? Ja. Wie heißt er? Von, was? Ach, Bruce meinst du? Bruce Stanard? Bruce. Aha. Ja. Habe ich auch einen Bogenkieschen gemacht. Sehr gut. Gut gemacht. Ich hab den Bruce nicht gemacht. Ich bin dann, glaube ich, nicht so gut. Der meinte aber Bruce Lee. Oh. Ähm. Ui. Hm. Deutsch? Wie gesagt, ich hab's vor langer Zeit zusammengeschnitten. Na toll. Äh. Das kann ja alles und jeder sein. Ja. Ich würde denken männlich. Oder? Ja. Oh, das ist für... Ach. Ach. Der Oliver. Olli. Aha. Oh, man muss echt aufpassen, was man sagt, ne? Oh. Ähm. Oh, oh, äh, äh. Schauspieler, Deutscher. Ja, 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 aus einer Serie. Ah, ja? Hm. Ist das von Beckney, ne? Paula. Nee. Ah. Ah. Nein. Das glaub ich doch jetzt nicht. Wie hast du das? Weil der hat doch, war doch hier in der Musical, wo sie gesungen haben, immer unter der Maske war er doch dabei. Ah. The Masked Singer. The Masked Singer. Mhm. Und da wurde er auch erraten und da hab ich ihm daran nichts an den Augen erkannt. Aber war mir nicht sicher. Aha. Oho, ein Politiker an. Ein Politiker-Augen, oder? Ja. Oder? Wir sind sehr verpixelt, leider. Ja, das ist immer schwierig. Könnte ein Politiker sein, aber welcher? Oh. Na? What? Nein. Echt jetzt? Ja, auf den wäre ich jetzt nicht gekommen. Na, kann man doch auch nicht. Wie denn? Das ist, äh, Sinter Berger? Will ich's Werben? Nee. Oder sowas? Nein, Werben hat dunkle Augen. Ja, die sind Die sind ja auch dunkel. Aber die sind, die sind keine braune Augen. Ja, das sind so. Sinter Berger ist es nicht, dann ist das... Hm. Ich weiß es nicht. Also wir haben ja was gesagt, auch wenn's falsch war. Ja. Kathi. Ach nee, die Kathi. Kathi hätte ich jetzt aber nicht gucken. Nee, hätte ich noch nicht gedacht. Ach Mensch. Oh. So. Hm. Nein. Ähm. Nein. 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 Oder du vielleicht? Nee. Nee. Aha. Gut, der ist mir ja bei der. Aber das hätte ich nie. Nee. Überhaupt nicht. Also vom Namen her, aber... Ja. Ach, äh. Ach, äh. Ach, äh. Das ist doch hier Dings, äh. Donald. Donald? Oder? Nee. Nein. Nein? Nein. Nein, Boris Becker. Ah, ja. Wow, ja. Stimmt. Aber ich hab auch gedacht, Donald. Ich hab nur die weißen Wimpern gesehen. Ja, 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 ja. Mr. Trump ist keine Albino, oder? Nee, nee, stimmt. Der ist rotblatt, aber... Oh, das ist... Schlecht erkennbar. Schlecht erkennbar. Das ist schlecht erkennbar. Keine Ahnung. Sag ich mal so, ob man den erkennen will, ist eine andere Sache. Why? Ach so. Aber ich dachte, es ist eine Frau, hab ich gedacht, ehrlich gesagt. Aber... Das ist Peter Maffei. Ja. Ja, wir waren gleichzeitig. Und ich glaub, das ist er auch. Peter Maffei, ja. Jo. Also das, den erkennt man wirklich an den Augen. Ja, ja, ja. Weil der hat... Typical Augen. Ganz... Markant. Markante, ja. Das ist retuschiert. Ohne Ende. Hallo, Retu. Äh. Aha. Okay. Nie gesehen. Ja, ja, der ist der YouTuber natürlich. Ach so. Ach so. Ach so. Das ist leicht grün, das linke. Ja. Und ein bisschen unscharf durch durch die Vergrößerung. Oh, das ist schwierig hier dann. Aha. Ah, okay. Das sieht doch noch den Mund so komisch. Ja. Das wirkt sich natürlich auch auf die Augen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Sonst hätten wir es... Ah, hier, warte mal. Das... Den kennen wir. Schauspieler. Ja. Ähm. Hat der nicht auf Traumschiff hier auch gespielt? Den Kapitän da? Kapitän. Einer von den, ähm... Ah. Ah. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe den Namen hier hinten. Der steht hier hinten. Nee. Ich war bei... Nee. Ach was. Ich meinte aber einen anderen. Aber den hätte ich jetzt nicht erkannt. Das ist ja... Meinst du Florian Silbereisen? Nein. Oder der ist der aktuelle Kapitän nämlich? Nein. Von Traumschiff? Nee, wir meinen den älteren. Okay. Ähm. Dieser Rudiger... Nein. Weiter. Nach weiter. Vielleicht fällt es mir noch. Oh. Äh, hier, ähm... Wie hieß er? Unser... Ach. Hier. Genau. Ja, Ilka Bershina. Ich glaube, wie hieß hier immer... Sind wir aus Marzahn? Sind wir aus Marzahn? Wow. Ja. Siehst du, wie auch noch? Ja. Julek ist das nicht, ne? Nee. Das ist, äh... Warte mal. Hier, der Sänger. Ist das der Sänger? Sänger? Ja, welcher? Nein. Nein. Der Sänger. Der Heller von Sinn. Der Heller. Der Heller. Der Heller ist das. Onkel Heller. Oh. Mhm. Sehr jung. Mhm. Ähm. Ähm. Aber das ist jetzt ein bisschen gut geschminkt, aber jetzt nicht irgendwas stückiger. Who's that girl? Keine Ahnung. Ist ja nichts für welche. Keine Ahnung. Nichts für welche. Ah. Hübsch. Sehr hübsch. Es ist jetzt nichts sehr so Markantes, dass man sie daran erkannt hätte. Nee. Nee. Genau. Ja, das war's, mein Lieben. Oh, schade. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Wir haben alle gewonnen. Ciao. Yes. Wir haben alle gewonnen. Wir haben alle gewonnen. Wir haben alle gewonnen.